Mahlzeit. Eine neue Runde Cliff Empire. Ich habe mal diese Tiefenunschärfe abgeschaltet. Hier, so, seht ihr? Nichts mehr Tiefenunschärfe. Das war in der vorgesehenen Version, die ich dort gespielt habe, nicht möglich. Jetzt geht's wieder. Ich finde das so angenehm. Ohne Tiefenunschärfe finde ich es besser. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist so. Achso, das ist das Baumenü nur. Ich habe gedacht, da ist was Neues dabei. Gab es eigentlich einen Patch? Weiß ich gar nicht. Gab es einen Patch? Keine Ahnung. 79 Arbeitsplätze, 68 haben wir. Hier geht es eigentlich voran. In der Nacht. Sozialabgaben ist nicht. Wird wieder keine Kohle eingenommen. Hier haben wir schon was gebaut. Die sind mit ihrem Teil der Streckenplanung der Brücke hier fertig. Die nicht. Beide müssen ja ihren eigenen Kram bauen. Brauchen noch 14 Materie. Dafür haben wir hier immer mal kurz Bestandaufnahme. Nicht, dass hier was in die Binsen geht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Materie haben wir hier. Salat haben wir ohne Ende. Haben wir eigentlich neues Futter. Achso, das waren die hier, ne? Ja, die brauchen ein Stück. Was handeln wir? Verkaufen falls mehr als 100. Das ist in Ordnung. Uran haben wir nicht. Salat haben wir. Passt. Trading Platform arrived. Ja, müssen wir irgendwas verkaufen? Eigentlich nicht, ne? Es ist schade, dass man jetzt hier nicht sehen kann, wie sich das berechnet. Strom benötigte Energie 90. Batterieverbrauch. Das Ding hat einen Batterieverbrauch tagsüber? Wird kein Wind? Oh, das darf natürlich nie... Okay, müssen wir mal hier schnell kurz eingreifen. Strom. Erzeugt 6. 10. Ja, natürlich 10, ne? Hier kriegen wir aber 2 auf ein Feld. Ich glaube, bei den anderen nicht kann das sein. Genau. Pass mal auf, hier. So. So. Kriege ich den da noch hin? Yay. Warte mal, dann machen wir das so. Und so. Bitte bauen sie jetzt. Lass die mal da fertig bauen. Und wie sieht es denn hier aus? Das ist immer nur hier doppelt managen. Minus, minus, minus. Also die kriegen auch... Jetzt kann das natürlich so machen. Das hier ist die Handelsplattform für die Mitarbeiter am 18.15. Dass wir das Essen von da drüben holen und hier kein Essen anbauen. Das ist natürlich auch möglich. Kann man eigentlich hier noch ein bisschen... Kann man hier noch ein kleines Haus hinsetzen? Wie viel hat denn ein kleines Haus? Fünf. Ja, komm. Zack. Strom benötigt Energie 19. Batterieverbrauch 50. Hm. Auch hier haben wir zu wenig Energie. Das heißt... Bitte bauen sie jetzt. Okay, alles klar. Ähm, wollen wir mal hier schauen... Dass wir gegebenenfalls hier endlich mal... Nein. Energievorrat 100%. Das ist mir jetzt wurscht. Hier soll ich jetzt mal so... Soll man richten... Ein Rathaus erstellt Aufzeichnungen über Stadtindikatoren ermöglichen, das Darlehen zu bekommen, um zurückzuzahlen, sowie Drohnen in andere Städte zu schicken. Sorgt teilweise für Recht und Ordnung. Ähm... Bedient alle ihre Städte gleichzeitig. Parlament. Erweitert die Fähigkeiten der Stadtmanagement. Es ist möglich, ganze Industrien schnell ein- und auszuschalten und Gesetze in jeder Stadt zu unterzeichnen. Das Baum war... Ach, jetzt kann ich wieder hier nicht drehen, ne? Heilo. Ähm... Mach das mal so. Zack. Das Parlament. Stufe 3. Wahrscheinlich die Energie zu schnappen. Städte. Städte. Mal gucken, wieviel... Ähm... Mitarbeiter mir da verbrauchen. Bau einen Flughafen, baue Transportdrohnen. Ja, das haben wir noch nicht. Das ist da drüben eigentlich. Was ist das? Bist du neu? Was? Wirklich, kam er zum letzten Ereignis. Achso, das ist für... Completed. Benötigen Energie. Boah, der hat aber auch einen Batterieverbrauch nachts, ne? Gut, eins ist fertig. Mal hier. Was ist das Problem? Boah. Das ist das Problem. Das ist unser Flughafen da hinten. Was machen die eigentlich hier? Was ist das Lagerhaus? Medium construction completed. So, da haben wir. Das ist fertig. Er lädt aber Energie auf. Okay, dann haben wir hier unser... Erster Eingang. Okay. Müssen wir dann mal schön bauen, irgendwie. Dann macht da oben hin, die Stadtverwaltung öffnen. Zeig mal her. Du musst ein Rathaus bauen, und so wird sie ihr geil. Small construction completed. Was soll man bauen? Ein Rathaus. Ne? So. 800. Ähm, der hat so einen Platz. Ähm, wir könnten jetzt natürlich das so bauen. Naja. Zack. Sollten wir hier mal einen schönen Platz dann bauen können. Oh, es wird zu 40. Okay. Ähm, da müssen wir natürlich auch mit dem Essen aufpassen, ne? Du bist aber, glaube ich, Energie, ne? Batteriespeicheranlage, genau. Genau. So. Mach fertig, Alter. Wie viel machst du eigentlich hier? Aber zweifel, verbrei, Ökologie, extrahierte Materie. Hm. Extrahiere Trümmer. Medium construction completed. Ne. Trading Platform arrived. Mach mal so. Hier, guck mal. Stopp mal. So. So. So, jetzt guck mal hier. Da fahren ja die Züge. Die fahren schon mal hin und her, ne? Was macht er eigentlich hier? Wie viele Personen können auf eine Reise liefern? Die teilen sich jetzt die Arbeit. Ich weiß aber nicht, wer denn da meint, wo arbeiten zu müssen. Ne, es kann auch sein, dass die auf andere Stellen arbeiten wollen. So, hier. Ah, da haben wir wieder. Hier sind wir fast pleite. Leid Energie auf. Leid auf jeden Fall Energie auf. Lass die mal das schaffen. So, kann ich jetzt hier mal bitte Stadtverwaltung? Danke. So, jetzt gucken wir mal hier. Da liegen eben Drohnen schicken, Landwirtschaftsdrohnen schicken. Was macht eigentlich die Landschaft? Wenn ich jetzt da große Drohnen schicke, Zeppelin schicken. Brauchen wir nicht. Ähm, Annaus Nahrungsproduktion. Okay, kann man hier machen. Annaus Bildungseinrichtung. Annaus Medizinische Einrichtung. Annaus alle Verteidigungsgebäude. Machst du? Nahrungsmittel. Entwicklung und Einführung eines Nahrungsergänzungsmittels, das den Fischkonsum ersetzen kann. Ne. Ähm, was bist du? Nachtschicht. Stimuliere sie die Nachtarbeit plus 5% mit der Bevölkerung Arbeit nachts und zahlen sie zusätzlich mit Komponenten pro Kopf. Das, was sich der Stadt wird um 2 singen, das wollen wir nicht. Werbehologramme. Ein Teil der freien Fläche von Gebäuden wird durch Werbung abgedeckt, dass die Rentabilität von Büros und Banken je nach Gebäudetypum erhöht wird. Die Assthetikerstadt wird um 170 Punkte reduziert. Der Stromverbrauch der Stadt und dann, ja, nee, ja, nee. Was hier? Werbehologramme? Was hier? Erhöhte Besteuerung. Erhöhte, ja, nee. Was dat? Fracht- und Großladungsdrohnen werden nicht mehr in die Lieferung von Waren der Landwirtschaft einbezogen. Schaltet die automare Energiestation und den Kapselgenerator automatisch von 13 bis 18 Stunden ab, während der Sitz... Spitz... Spitzenlast der Solarzellen. Hä? Hm, 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 hm. Verbrauch auf Kosten des Staates, Haushaltsgeräte werden reparieren lassen und Bruchkopf zuweisen. Dies wird der Verbrauch von Haushaltsgeräten und Gadgets um 25% reduzieren, auch nicht schlecht. Wenn Sie die Stadt in einem Katastrophenmodus versetzen, können Sie nicht für Essen, Wasser, Batterien bezahlen, wenn Sie von einer anderen Stadt über die Brücke gebracht werden. Hä? Hä? Aus, alle Uranminen. Das haben wir ja nicht. Drohnen schicken? Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Darlehen geben können wir auch nicht. Okay. Hier war aber auch irgendwas. Stadtverwaltung war das jetzt dasselbe. Der ist aber hier. Was ist denn? Kryptowährung. Kein Wasser? Hier kritisch wangeln an Wasser? Stopp mal. Corona verlassen die Stadt. Stopp, 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 stopp. Was geht denn jetzt hier für ein Programm? Sie müssen Wasser aus dem Orbit oder aus anderen Städten kaufen oder einfach nur die Extraktion erhöhen. Wo war denn das Ding? Wo ist denn unser Wasserhaini? Wo ist die Recyclinganlage? Wo ist das Handelsportal? Wie sieht denn das Teil aus? Zeig mal her. Ähm. Muss nicht. Was ist da hier irgendwo? Wasseraufbereitung. Das Ding mit den zwei Hobbeln. Ich weiß, wir haben es irgendwo. Oder haben wir da jetzt nicht genug Mitarbeiter, weil die jetzt alle da drüben sind. Bist das du? Wasser Extraktionsanlage. Aber das zwei von fünf. Das kann ja nichts werden. Ähm. Kann man dich mal hier irgendwie Brückenverbindung einkaufen? Heimaliger Einkauf. Zehn. Nee, nicht Verkauf. Einkauf. Verkaufpreis vier. Verkaufspreis 20. Tut sich da eigentlich was? Nee. Wir wussten, wir haben ein Wasserproblem. Wir haben eigentlich zu wenig Mitarbeiter. Bereit, die Stadt zu verlassen? Sechs. Äh. Da sind sie. Die hauen dann ab, oder was? Dann kostet mich das wieder Uran. Nur weil die abhauen. Dann ist der Wasserproblem. Duuuh. Wie viel Wasser hast denn du hier drüben? Zeig mal. 69. Der hat aber kein Wasser extra... Dingensbumens. Äh. Kann man den dir mal hinsetzen? Komm mal her. Ähm. Wasser. Wasseraufbereitung. Wieso bist denn du rot? Ja, 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 ja. Hä? Ja, da ist aber... Hä? Ich bin überfragt, wie war denn das nochmal? Haben sie... Gab es da doch ein Patch? Kann ich hier nicht? Hab ich hier kein Wasser? Doch, eigentlich sollte ich doch Wasser haben. Ich hab mal noch Geld geklaut. So, kommt hier mal Wasser an? Vielleicht? Irgendwie? Bist du Wasser? Nö, du bist Bäume. Ai. Hm? Ich hab doch 10 Wasser bestellt, ne? Einer ist da. Wieso wird der von da drüben nicht gebracht? Beide mal. Einmaliger Verkauf von 10 Wasser. Jetzt machen sie es. Jetzt seht ihr, jetzt muss der nämlich dafür bezahlen. Theoretisch. Ich hab hier aber schon Kohle gekriegt. Nimmt der jetzt hier das Wasser mit? Hol der mir hier Wasser ab? Der fährt jetzt nämlich gerade durch die Gegend. Irgendwie... Kann man das da sehen? Leute? Wieso hab ich denn hier so einen hohen Wasserverbrauch auf einmal? Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Ist das nur... ...weil ich hier nicht genug Leute hab? Wasserextrationsanlage. Warum kann ich die Wasserextrationsanlage hier drüben nicht bauen? Ach, das war Wasseraufbereitung, ich Idiot. Wasserextrationsanlage. Oh. Wir haben hier 53 Arbeitsplätze. Das ist aber auch der Hammer. Ich kann nicht doch irgendwie... Ne, da drauf kann ich nicht. Okay, zeig mal her, Wohngebiet. Haus 13 Meter. Ist dann aber immer noch nicht genug, ne? Kann doch die eigentlich upgraden, oder nicht? Ich mein, das passt ja da auch hin, konnte ich die. Wieso kann ich denn die jetzt nicht abreden? Neue Bürger sind gekommen. So, hier will ich eigentlich alles schön haben, irgendwann mal. Irgendwie. Ähm, zeig mal her. Ja. Dann gehen wir pleite. In den Garten würde ich nicht. Ich will eine Fußgängerzone. Geht da nicht, oder was? Weil... Wenn wir das so machen... Wenn wir das so machen... Okay. Okay, dann machen wir es halt so. Komm, bauen wir fertig, Alter. Das Haus da drüben ist... ... noch nicht fertig. Ja, wir brauchen aber diesen Uran-Kram. So, jetzt haben wir 30 Mitarbeiter, Arbeitsplätze, Leute, die sich niederlassen wollen. Ja, ja, ist mir schon klar. Wieso kann ich ein Tier hier nicht abreden? Das ging doch. Okay, da brauchen sie länger. Und hier hüpfen sie dann da drüber, oder was? Nur weil ich das da nicht anlegen konnte. Zwei, vier, fünf. Das ist natürlich blöd. Das sieht natürlich doof aus, aber da können wir ja hier dann... Macht mal das Ding fertig. Und dann können wir doch hier eigentlich mal hier einen Park hinsetzen. Was ist denn eigentlich eine Residenz? 50.000? Ja, du mich auch. Nee, das will ich so nicht. Ja. Ja, okay, das sieht tatsächlich so aus, aber das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Hier ist es noch mehr blöd. Sollen wir kein Wasser haben? Oh Gott. Wasser extra zu... Was macht eigentlich die Wasseraufbereitung? Sondern er filtert Wasser aus den Teichen auf der Klippe für das häusliche und industriell gebrauchte Grundwasser, dem gut der Klippe beeinflusst. Ja, aber ich weiß nicht, das funktioniert ja irgendwie nicht. Das ist ja librös. arenthen... Vielen Dank.